Hallo und Willkommen meine Lieben. Heute beginnt der Grundaufbau vom Gartenhaus bzw. von dem Spielhaus. Da hinten unter der weißen Plane liegt schon die Fußbodenplatte und ich habe mich ein bisschen geärgert, aber das seht ihr am Ende des Videos. Bleibt so lange dran und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem Video. Erstmal laden wir das Holz aus. Als nächstes habe ich die Ziegelsteine verwendet, um eine gerade Ebene zu kriegen. Und wir werden das jetzt alles ordentlich einrichten und danach die Latten erstmal ausrichten. Also vorher auflegen, bevor wir sie verschrauben. Wenn alles so weit ausgerichtet ist und im Wasser liegt, dann können wir auch schon beginnen mit den Verschraubungen. Musik 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 schon wieder holzschleppen aber diesmal sind es die grundplatten und zwar für den fußboden wie gesagt ich versuche jetzt erstmal die fußbodenplatte zu montieren und danach kommt dann die wände vorsichtshalber falls es regnet legen wir jetzt die plane drüber das war auch gut so weil am abend hat es auf jeden fall dann angefangen zu regnen damit die usb-platten nicht aufquellen habe ich die plane drüber das war es auch schon wieder warum ich mich eigentlich so geärschert habe weil ich idiot im wahrsten sinne des wortes falsch gerechnet habe ich habe gedacht ich komme mit drei platten hin aber vier auch nicht so wild da ja die wände wenn die jetzt als nächstes kommen auch mit usb verkleidet werden kann ich den abschnitt was ich da habe also das reststück oben wieder ansetzen also zwei fliegen eigentlich mit einer klappe geschlagen ja wenn es euch gefallen hat wie immer lasst mir den damen da schreibt in die comments und wer mag natürlich ein abo würde mich sehr freuen und wir wollen ja auch den kanal weiter voranbringen das war es jetzt und im nächsten video geht es mit dem aufstellen der wände los und bis dahin sage ich jetzt schon mal tschüss ja das war es auch schon wieder warum ich mich eigentlich geärschert hatte ist danke räuber ja das war es auch schon wieder